So Leute, es wird eigentlich mal wieder Zeit für ein Update-Video zum Bitcoin-Kurs. Ich habe einen neuen Trade offen. Ich habe das Ganze natürlich so wie immer vorher in meiner Discord-Community kostenlos angekündigt. Leute, dieser Trade ist jetzt auch noch nicht wirklich weit vom Entry-Price entfernt. Das heißt, dieses Video ist auch noch top aktuell darauf hin bezogen. Was ist denn passiert? Über die letzten zwei Wochen haben die Bullen mal wieder bewiesen, dass sie wirklich aktuell in Marktkontrolle sind. Wir haben im letzten Video darüber geredet, dass die Wahrscheinlichkeiten charttechnisch eigentlich mehr dafür sprechen würden, dass wir erstmal noch einen weiteren Abverkauf erleben müssen. Aber Leute, die Bullen haben wirklich über die letzten zwei Wochen bewiesen, dass sie in Marktkontrolle sind. Wir haben natürlich auch, wie ich in meinem letzten Video angekündigt habe, meine Swing-Long-Position erneut hochskaliert. Und von diesen haben wir jetzt erstmalig kleine Profite genommen. Und Leute, ich werde euch jetzt auch genau sagen, warum ich von diesen Long-Positionen kleinere Profite genommen habe. Als allererstes Mal haben wir über die letzten zwei Wochen gesehen, Leute, dass die Funding-Fees wirklich aggressiv angestiegen sind. Leute, wir haben zum Teil über 0,06% alle 8 Stunden an Funding-Fees erlebt. Was natürlich definitiv, vor allen Dingen bei meinen etwas größeren Swing-Long-Positionen, die wir ja bereits seit unter 20.000 Dollar die ganze Zeit eröffnen und da auch hochskaliert haben, ist das Ganze gar nicht mal so billig. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, im letzten Bullenmarkt, wo wir auf die All-Time-Highs immer zugegangen sind, bei meinen gigantischen Positionen. Ich habe zum Teil einfach 100.000 Dollar am Tag an Funding-Fees bezahlt und ich muss natürlich sagen, dass ich dieses Mal in diesem Bullenmarkt ein bisschen vorsichtiger sein möchte und meine Positionen lieber dann etwas vorher an Profit realisiere. Weil im Endeffekt werde ich dann mit mehr Gewinn aus der ganzen Sache rausgehen, weil wenn ich jetzt frühzeitig die Swing-Long-Positionen profitabel realisiere, ohne dass ich in den Bereich der hohen Funding-Fees komme, dann kann ich natürlich einfach die ganzen Profite plus meine ursprüngliche Margin einfach in Bitcoin, Ethereum lassen, in meinem HODL-Portfolio, wo ich keine Funding-Fees habe. Aus diesem Grund habe ich tatsächlich, wie auch in meiner Discord-Community angekündigt gehabt, vor ein paar Tagen etwas Profite von meinen Swing-Longs genommen und habe auch hier eine neue kleine Short-Hedge-Position eröffnet. Warum habe ich eine kleine neue Short-Hedge-Position eröffnet? Um genau zu sein, war das hier. Am 10. Leute, habe ich den Post gemacht. Hier genau habe ich diese Position eröffnet. Warum habe ich diesen kleinen Trade eröffnet und warum bin ich auch aktuell weiterhin noch in diesem Trade drin? Naja, Punkt 1, die Funding-Fees sprechen immer noch für sich. Wir haben Funding-Fees, die ich so wirklich nur über 50.000 Dollar bis jetzt gesehen hatte, das heißt bei Bitcoin. Das heißt, wir haben aktuell definitiv sehr viele Leute, die mit Long-Positionen im Markt positioniert sind. Das heißt, für die Börsen natürlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Funding-Fees extrem hochschrauben oder eine kleinere Korrektur verursachen, die zumindest einen Teil der ganzen Long-Positionen, die jetzt hier über diesen letzten Run-Up aufgebaut wurden, wieder aus dem Markt rauszunehmen. Und aus diesem Grund, Leute, wollen wir uns natürlich jetzt mal den Bitcoin-Chart etwas genauer anschauen. Man muss natürlich sagen, auf dem Weekly-Timeframe sieht es jetzt erstmal nach einer Rejection aus. Auf dem Daily-Timeframe wird das Ganze dann schon wieder ein bisschen undeutiger. Wie ihr sehen könnt, wir sind kurz ein bisschen reingebrochen. Wir brechen gerade schon wieder nach unten aus. Das heißt, hier muss man ganz klar sagen, der Kurs weiß nicht genau, wohin er will. Und da wir hier auch gerade noch nicht wirklich ein klares Anzeichen dafür haben, dass jetzt entweder diese Tageskerze nochmal pumpen wird und hier drüber closen wird, das heißt, wir haben dann natürlich hier einen schönen Bounce, könnten vielleicht über unseren ehemaligen Hochpunkt schließen morgen oder mit der heutigen Tageskerze und würden dann definitiv erstmal davon ausgehen, dass der Kurs weiter pumpt. Muss man natürlich sagen, an diesem Punkt würde ich auch meine Short-Position zumachen, das ist ganz klar. Dann nehme ich einfach ein paar Verluste hin. So ist das eben manchmal. Ihr wisst es nicht, jeder Trade kann profitabel sein. Aber, was wir ganz, ganz klar hier für ein Szenario haben, ist, dass wenn diese Tageskerze hier drunter schließt, dass wir natürlich eine mögliche Rejection, zumindest auf den größeren Timeframes, hier von unserem Rising Broadening Wedge erleben. Und das wäre natürlich als allererstes mal ein kleines bearisches Anzeichen, denn auch auf dem Weekly Timeframe kommt unser nächster starker Support erst wieder beim 31.200 Dollar Level ins Spiel, wie ihr bereits ja wahrscheinlich wisst. Und aus diesem Grund befinde ich mich jetzt eben, wie gesagt, mit einem Teil der kleinen realisierten Profite von unserem Swing Long, von unseren Swing Longs in einer kleinen Short-Hedge-Position. Denn wenn wir nach oben weiterpumpen, haben wir unser Hortel-Portfolio, wir haben unsere Swing Long-Position. Und da muss ich ganz, ganz klar sagen, gehe ich dieses Risiko mit dieser relativ kleinen Position hier dann doch ganz gerne einmal ein. Denn wir haben nämlich etwas auf Ethereum, was mich etwas stutzig gemacht hat. Und zwar wisst ihr, manchmal sieht man bei Bitcoin nicht ganz genau, was jetzt hier eigentlich das aktuelle Szenario ist. Man kann sich manchmal nicht hundertprozentig sicher sein, was aktuell passiert. Und dann hilft es manchmal, sich die anderen Kryptowährungen auch ein bisschen genauer unter das Auge zu nehmen, zum Beispiel Ethereum. Denn bei Ethereum befinden wir uns jetzt erneut hier in unserem sehr wichtigen horizontalen Support- und Widerstandsbereich. Bei Ethereum wurde dieser im Gegensatz zu Bitcoin nämlich noch nicht nach oben hin durchbrochen auf dem Weekly Timeframe. Und wenn wir hier direkt mal auf die kleineren Timeframes springen, und zwar auf den Daily, dann sehen wir eine sehr interessante Sache. Und das ist die Sache, auf die ich jetzt wirklich gerade ein Auge lege. Denn das ist eine Sache, die uns deutlich klarer zeigen wird, ob der Markt bereit ist, weiter nach oben zu gehen oder eben nicht. Denn wenn die Bullen aktuell immer noch in Marktkontrolle sind, dann können wir definitiv dadurch davon ausgehen, dass auch neues Kapital in Ethereum fließen wird. Wenn die Bären jetzt anfangen, wieder Marktkontrolle zu übernehmen, dann können wir definitiv davon ausgehen, dass vor allen Dingen dadurch, dass Ethereum noch nicht mal es geschafft hat, hier unseren wöchentlichen Widerstands- und Supportbereich nach oben hin zu durchbrechen. Dass Ethereum das Asset sein wird, was vor Bitcoin anfangen wird, signifikante Abverkaufe zu erleben. Und aus diesem Grund, Leute, wir haben hier über unseren, und dafür kann ich das hier mal ganz kurz wegmachen, weil das ist hier eher relevant natürlich oder ein bisschen relevanter auf dem Weekly Timeframe. Wenn wir hier auf dem Daily Timeframe schauen, dann haben wir einen ganz, ganz, ganz klaren horizontalen Support und Widerstand bei Ethereum. Gerade was wir bei Bitcoin halt leider aktuell nicht haben. Hier können wir wunderbar sehen, wie dieser Support und Widerstand jetzt schon mehrmals bestätigt oder geretestet wurde. Hier haben wir ein kleines Fakeout gesehen. Das zählen wir jetzt einfach nicht dazu, denn man muss natürlich ganz klar sagen, auf was warten wir immer. Auch mit dem Skalieren unserer Swing-Long-Position im letzten Video. Bis es einen Retest gibt und bis dann eine Kerze über unserem ehemaligen Hochpunkt schließt. Auch wenn wir dann erstmal nochmal seitwärts gehen oder sowas, Leute. Das hat uns dann einfach gezeigt, dass genügend Liquidität in den Markt reinkommt. Und selbst wenn man ein bisschen dann erst Sideways-Movement sieht, in über 50% der Fällen, und Trayn ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten, ist es dann eben so, dass weitere Liquidität dann im Markt noch nachfließt. Und was wir hier gerade bei Ethereum erleben, ist genau das Gegenteil. Denn wir sind über unseren wichtigen horizontalen Support wieder schon rübergebrochen. Wir haben einen Bounce gesehen und jetzt müssten wir eigentlich sehen, dass eine Tageskerze über unserem ehemaligen Hochpunkt schließt. Das wäre dann für uns das Zeichen, okay, Bitcoin als auch Ethereum werden weiter höher gehen. Denn um Ethereum hier über unserem ehemaligen Hochpunkt schließen zu lassen, um Ethereum überhaupt die Möglichkeit zu geben, muss natürlich auch Bitcoin mitziehen. Und das bedeutet natürlich, dass Bitcoin auch hier auf der Tageskerze über unseren Ansteigungs-Support und Widerstand gehen müsste. Aber bei Ethereum ist das eben ein bisschen klarer, weil wir hier einen horizontalen Support und Widerstand haben. Und was ich jetzt gerade natürlich im Auge behalte ist, Punkt 1, wenn wir jetzt hier mit den nächsten 2-3 Tagen unter unser 2200 Dollar Level bei Ethereum fallen, kann ich euch jetzt schon mal mal sagen, mit einer Tageskerze, die auch darunter schließt, werde ich meine Short-Hedge-Position leicht hochskalieren. Weil dann muss ich ganz klar sagen, gehe ich stark davon aus, dass Bitcoin zu dem Zeitpunkt natürlich auch weit unter unserem horizontalen Support und Widerstand gebrochen ist und wir damit eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit haben, dass diese aktuelle Wochenkerze in 6 Tagen, die in 6 Tagen schließt, über unserem horizontalen Support und Widerstand schließt, sondern es ist sehr wahrscheinlich, dass sie darunter schließt, was dann definitiv erstmal eine Rejection hier zeigen würde, die natürlich auch in Kombination mit den sehr hohen Funding-Fees, die wir hier haben, ein sehr interessantes Szenario für die Börsen werden. Aus diesem Grund, Leute, ich spekuliere hier gar nicht großartig drum, ich bleibe in meiner Short-Hedge-Position, ich nehme den Verlust gerne hin, die 3000 Dollar Margin, wenn Bitcoin signifikant hier über unser Level pumpt, wenn Ethereum signifikant über unser 2123, 2125 Dollar Level, kommt natürlich auch immer darauf an, welche Börse, welchen Chart man anschaut, das heißt natürlich gibt es nie ein ganz, ganz genaues Preis-Level, sondern man muss da zumindest mal irgendwie 10, 5 Dollar Spielraum immer lassen, vor allen Dingen auf dem Weekly-Time-Frame, da muss man natürlich nochmal ein bisschen mehr Spielraum lassen, aber was ich natürlich hier abwarte ist, ob es Ethereum schafft, hier ein bestätigtes Breakout nach oben zu starten, denn dann haben wir hier wirklich ein sehr, sehr bullisches Szenario in Kombination mit Bitcoin, dann würden tatsächlich nicht nur die Altcoins als auch Bitcoin wahrscheinlich einen erneuten, sehr starken Run-Up sehen. Bis das aber passiert, bleibe ich in meiner Short-Hedge-Position, denn so wie das Ganze jetzt aktuell aussieht, wie gesagt, bin ich erstmal ein bisschen vorsichtig, vor allen Dingen, weil ich jetzt erst meine Swing-Long-Position hochskaliert hatte und damit natürlich eh jetzt schon mit meinem HODL-Portfolio sowieso so stark Long ausgerichtet bin, dass, naja, wenn wir jetzt weiter pumpen, was natürlich das Best-Case-Szenario für uns wäre, ich sowieso, ja, kein wirkliches Drama daraus mache, hier ein bisschen Geld zu verlieren, in Anführungszeichen mit dieser Short-Hedge-Position. Das andere Szenario ist aber, dass wir uns jetzt gerade erst mehr Exposure auf der Long-Seite geholt haben, über die, äh, vor zwei Wochen, bei den 34.500 oder mehr, fast 35.000 Dollar haben wir unsere Swing-Long-Position hochskaliert, das heißt, wir haben jetzt schon mehr Long-Exposure im Markt, wenn wir jetzt nicht weiter pumpen, sondern wir jetzt hier, und wie gesagt, diese Gefahr gibt es eben aktuell einfach nun mal, ein Reversal sehen und einen etwas, eine etwas größere Price, einen etwas größeren Price-Retrace, der nicht dafür spricht, dass dann der Bullenmarkt vorbei ist, sondern einfach nur ein größerer Retrace, den wir ganz normal, öfters, vor allen Dingen am Anfang vom Bullenmarkt noch sehen, bevor wir dann wirklich ins Blow-off-Top meistens gehen, muss man ganz klar sagen, würde ich ganz gerne eine Short-Hedge-Position offen haben, die ich dann eben gegebenenfalls auch bei gewissen Szenarien hochskalieren kann und dieses Geld dann auch wiederum wieder bei niedrigeren Kursen in mein HODL-Portfolio oder in Swing-Long-Positionen packen kann. So bin ich aktuell aufgestellt, das sind die Preislevel, auf die ich aktuell ein Auge halte, das heißt, ich hoffe, euch hat das Update jetzt hier an der Stelle schon mal weitergeholfen, ich wollte euch noch eine Sache sagen, ihr wisst es, in meiner kostenlosen Discord-Community geben wir ja jeden Monat etliche Preise raus, wir haben ja über 20.000 Dollar an Leaderboard-Preisen, plus bei Femax habe ich ja über den letzten Monat jetzt und auch über diesen Monat, diesen Monat könnt ihr euch diese Preise übrigens noch sichern, wenn ihr in die kostenlose Discord-Community kommt, haben wir 25 Leute, die 200 Dollar im neuen Femax-Token erhalten, der jetzt tatsächlich auch launching November 30th, der endet diesen Monats-Launch, das heißt, bereitet euch darauf auf jeden Fall vor, vor allen Dingen, wenn ihr natürlich einer der Gewinner der Lucky Draws seid, denn wenn dieser Token gut performt, und ich meine, die aktuelle Marktsituation sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, wenn dieser Token gut performt, kann es natürlich sein, dass ihr relativ schnell einfach mal nicht nur 200 Dollar, sondern vielleicht 300, 400 Dollar in euren XPT-Token habt, die ihr komplett kostenlos bekommen habt, einfach nur, wenn ihr ein Teil der kostenlosen Discord-Community seid, und aus diesem Grund wollte ich euch da einfach nur den kleinen Tipp geben, achtet einfach hier am 30. November auf das Listig vom Femax-Token, denn wie ihr wisst Leute, ihr bekommt eure Token, könnt sie dann verkaufen oder ihr könnt sie natürlich auch staken, denn durch den Utility-Token von Femax wird es dann natürlich Fee-Reductions geben, ihr könnt an Launchpad-Launches teilnehmen, die Femax veranstaltet und so weiter und so fort, das heißt, ihr könnt euch dann wie gesagt einfach dazu entscheiden, wollt ihr die Token in der Femax-Plattform nutzen, für reduzierte Gebühren, für Launchpools und so weiter und so fort, oder wollt ihr dann diese verkaufen, das ist natürlich dann komplett euch überlassen. Ich wollte euch nur nochmal daran erinnern, dass falls es jetzt noch nicht in der kostenlosen Discord-Community gibt, seit einmal werden wir noch hier 25 Leute auslosen, die eben 200 Dollar in XPT bekommen. Ich werde natürlich mit Femax versuchen zu verhandeln, dass wir das auch weiterhin beibehalten, selbst nach dem Launch vom Token, dann wird das natürlich sich hier verändern, ob das dann 200 oder 100 Dollar sind oder 400 Dollar vielleicht sogar, werden wir dann sehen, aber ich werde natürlich schauen, dass das noch so bleibt. Ansonsten haben wir natürlich die Leaderboard-Price bei Femax 15.000 Dollar, bei BitGet 7.500 Dollar, die jeden Monat an die Top-Trader distributed werden, das heißt, wie gesagt, macht euch das gerne natürlich auch zu nutzen, es kann auf keinen Fall schaden. Jetzt würde ich aber sagen, sehen wir uns im nächsten Video Leute, haltet die Kurse im Auge, ihr wisst, was ich aktuell mache und was ich geplant habe für Moves und ja, damit war es das auch schon wieder. Ich werde euch natürlich morgen oder übermorgen direkt ein neues Update geben, denn ich bin jetzt erstmal wieder an meinem Setup und werde euch dementsprechend auch aktiv Content liefern, so wie immer, wenn ich hier vor meinem Rechner bin und auch wirklich aktiv Trades in den Markt positioniere. Jetzt würde ich aber sagen, sehen wir uns, danke fürs Zuschauen, haut rein, ciao, ciao.